Ja, ich freue mich sehr, nach einigen Jahren mal wieder beim Gamification Day dabei sein zu können. Ich werde ein bisschen was erzählen zu der Frage, wie sich spielerisch simulative Methoden einsetzen lassen im Rahmen der Personalgewinnung. Also es geht um Recruiting, Personalmarketing, Employer Branding. Und ja, ich kann da wirklich jedem nur sehr empfehlen hinzukommen. Ich glaube, das wird ein cooles Event und ich freue mich sehr drauf. Bis dann! Ich werde ein bisschen was erzählen, ich werde ein bisschen was erzählen.